Greif den Feind an! Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Sensenmahn! Ja, gedacht, ja! So! Damit sind wir drei vorne! Auf dem Dach sehe ich jetzt keinen, zwei im Feld! Hm... Oh, Mist! Auf eure Posten! Verstand! Oh, oh, los, los, los! Jawoll! Sag nur Bescheid! Ich strecke sie nie! Einen Moment mal! Seid ihr neu? Wer ist euer Officer? Und... Tee! Greif den Feind an! Ach, das ist so schön, alles für dich sich machen zu lassen! Ah! Alles frei! Weil wir die Leute erstmal verschwinden alle! Da liegt noch einer, das war's aber! Und da ist das Tor! Ob wir das Tor durchkommen einfach so? Das sind welche auf der Mauer? Hm... Halt! Guten Abend, Gentlemen! Nennt euer Anliegen! Lieferung für Cyrus! Rein dann! Wir sind drin, ja! Siehst du? Ich befreie dich, wie ich's versprochen hab! Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte! Lasst sie gehen! Sie wird uns verraten? Nein, wird sie nicht! Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen! Was ist denn das alles? Er stirbt! Unbemerkt! Okay... Das Signal, wenn ihr bereit seid! Eins, zwei, drei Posten! Gefangene befreien 0,3! Äh, 0,3! 0 von 3! Irgendwelche... Wie hab ich nochmal gepfiffen? Irgendwie muss man doch pfeifen! Zwei um die Ecke! Zwei um die Ecke! Zwei um die Ecke! Zwei um die Ecke! Okay... Und noch eine! Ich muss nur sagen! Ich muss nicht an Posten holen! Ich muss nur sagen! Wir müssen irgendwie alle... Eliminieren um hier ranzukommen! Das kenn ich! Das war noch eine meiner Hassmission damals! Die hab ich nie gepackt! Nie richtig zumindest! Du musst alle Leute eliminieren um an die Gefangenen ranzukommen. Aber es sind immer mehrere. Vor allem das Schiff war schlimm. Wuch! Da hinten sind übelst viele. So, befreie ich erstmal die hier. Das wird sicher gleich Aufmerksamkeit erregen. Ich weiß nicht ob das Aufmerksamkeit erregt hat, wenn ich Gefangener befreit habe. Das ist ja eine Sache des Ausprobierens. So, okay. Hier lang? Und wir müssen aufs Schiff. Uiuiui. Das wird bestimmt nicht leicht, hier auf das Schiff drauf zu kommen. Wir sind da drüben. Und da auszieht mich sicher keiner. Ja. Huch. So zu Lack. Tut leid. Holla die Waldfee. Da ist einer. Hat der mich nicht gemerkt? Gut. Uiui. Lauf bitte nicht zusammen weiter. Boah. Ich muss mich noch ein bisschen mit der Steuerung zerrechnen. Wie ihr seht, ich bin auch hier mitunter ganz schön durch die Kante. Ging Pfeifen. Ne. Ging Pfeifen. Ne. Wir werden mal ganz kurz gucken, wie Pfeifen ging. Äh. Ba 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 ba. Das war da hier. Ne. Da. Option. Äh. Steuerung. Belegung. T-T-Tastenbelegung. T-Tastenbelegung. 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 Ist aber hier nicht drin. Äh. Tastenbelegung. Ist das hier mit drin irgendwo? Steuerung. Grafik. Steuerung. Anpassen. Obwohl. Es ist Police. Ist da nicht loser. تمjąleristen mac93v8v4v5v5 brauchen. 我們然不�ng出應,最高謝謝 supported facebook d god renewable energy propaganda Ma portsm午物6v4v5v4v4v6vj 6h4v6v4grd4m3v16—f4m3v5m4 ₱7ióosten 2-innen brackets subway Aca prova 274v4v6v6v4 Zit1cel integral stones onzeiesel L hempOk twenty5irov4v8cb4v4v5v7v8v9jv3d7v7k3vos9% attention Ich bin sicher hier hinter, oder? So, damit habe ich zwei von dreien befreit. Fehlen auch die dahinten. So, wollen wir mal schauen, wie wir das mit denen machen. Ah, das lag schon wieder. Da lang zu kommen ist Selbstmord. Lass mal schnell hier rein, sonst sehen die mich da. Und dann machen wir hier lang. Und dann sind wir an dem auf jeden Fall schon mal vorbei. Und dann, Momento, Momento. So. Überall Truppen. Wenn die Franzmänner uns lassen. Ich weiß nicht. Wir sind doch ganz zufrieden im Norden. Vielleicht sind wir es ja, die sie provozieren mit unseren ständigen Expeditionen. Ha! Genau das wollen sie, dass du das denkst. Das ist meine Schatten. Die Kolonien sollten eine Gelegenheit sein. Mit einer weiteren Kriegsfreunde. Mit einer weiteren Kriegsfreunde. So. 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 Oh, ok. Da ist einer. Der findet mich nicht, oder? Ne. Ok, ok, ok. Oh, da haben wir die Rücken befeilt. Sehr schön. Huiuiuiuiui. Das ging ja eigentlich recht einfach. Wie frag ich, wieso ich damals nicht so durchgekommen bin. Ja, der hat so langsam wird. Eine einzige Stunde Ruhe. Mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach zehn Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das Tor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu... ...den. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Schon ein bisschen krank, der Typ. Aber nicht mehr lange. Keine Angst. Hier, General. Achso. Was wert ist das so? Ah. Stimmt, da war ja was. Klar was das. Niemand legt sich mit mir an. Ich habe da eine kleine Verabredung mit Slays. Oh, Slays. Oder wie der auch immer der mein Mann ausspricht. Ja, was ist denn? Du bist auf der falschen Seite, würde ich sagen. Natürlich wurde ich ausgebildet von mir selbst. Liga. Und meine Mama. Die hat mich auch ausgebildet zu den Fighter. Ey, wir kommen da noch. Wie droht man halt denn der Typ, alter? Ja, für den Orden. So, na komm hier, du auch noch. Und der noch. Das, was jetzt ist der Typ. Oh, Gott. Die ich habe noch 있을 schooling noch.